Ja, einen schönen guten Tag meinerseits. Ich möchte heute zu drei Punkten sprechen. Zum einen dem Schlussspurt des Europawahlkampfes, zum zweiten zu den Rüstungsexporten und drittens die Kosten der Industrierabatte Ökostrom für Verbraucherinnen und Verbraucher. Zuerst zum Schlussspurt Europawahlkampf. Die letzte Woche Wahlkampf hat begonnen. Wir sind zuversichtlich, als Linke, dass die Europäische Linke im Europaparlament die drittstärkste Fraktion wird. Die Umfragen stimmen uns da wirklich zuversichtlich. Wir haben uns im Wahlkampf klar als die Alternative zu Merkels Krisenkurs etabliert. Wir haben immer wieder klargemacht, dass der Kurs des Kürzungsdiktates, auf den Merkel fährt, zu sozialen Verwerfungen führt innerhalb von Europa, aber auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv ist. Wir haben zweitens Reformprojekte in den Mittelpunkt unseres Wahlkampfes gestellt. Reformprojekte wie einen europaweiten Mindestlohn, eine Mindestrente, eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die überall in den Ländern Europas gilt, natürlich an der jeweilig nationalen Armutsrisikogrenze orientiert. Wir wollen und haben all jene angesprochen, die unzufrieden sind, damit wie bisher die Europapolitik von der Regierung dieses Landes geführt wird. Wir werden nun in den letzten Tagen ganz klar den Schwerpunkt auf den Straßenwahlkampf setzen. Das ist auch eine Stärke von uns. Einige werden vielleicht schon von Ihnen, die mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren sind, die Plakate, die großen Transparente der Linken gesehen haben. Der 48-Stunden-Wahlkampf, der ja immer der Höhepunkt des Wahlkampfes ist, wird bei uns eröffnet mit einer Abschlusskundgebung auf dem Alexanderplatz, auf der unsere Spitzenkandidatin Gabi Zimmer, Gregor Giese, Bernd Rixinger sprechen werden. Wir werden Türanhänger verteilen. Meckern ist gut, wählen ist besser, um noch einmal an den Europawahltermin 25. Mai zu erinnern. Ich bin mir sicher, dass von der Wahl am 25. Mai, Kommunalwahl wie Europawahl, wieder ein klares Signal ausgeht. Wer links denkt und fühlt, ist bei der Linken gut aufgehoben. Mit uns muss man rechnen. Zum Thema Rüstungsexporte. Das Wochenende war geprägt von Nachrichten darüber, dass allein in diesem Jahr unter dem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel Rüstungsexporte in Höhe von 1,2 Milliarden Euro genehmigt worden sind. Viele davon auch in Krisenregionen. Das ist ein eklatanter Widerspruch zu den Ankündigungen von Sigmar Gabriel. Die SPD hat im Wahlkampf klar gesagt, sie will Rüstungsexporte eindämmen, ja in Krisenregionen komplett unterbinden. Nun erleben wir ganz das Gegenteil. Ich finde, wir sehen, was die SPD versprochen hat, sind nichts als Ankündigungen. Auch unter einem sozialdemokratischen Vizekanzler exportiert Deutschland den Tod in die Welt. Wir meinen, Sigmar Gabriel ist ein Heuchler. Wir als Linke wollen für Waffenexporte die Nulllösung. Das heißt, sie sollen komplett verboten werden. Zudem hat heute ein Bericht die Öffentlichkeit erreicht, der, glaube ich, die politische Landschaft noch deutlich erschüttern wird. Es gibt Berichte darüber, dass zwei ehemalige Bundestagsabgeordneten der SPD offenbar Schmiergelder erhalten haben für ein Panzerdeal mit Griechenland. Wenn sich diese Meldung bestätigen sollte, wäre das beispiellos und es muss dringend und gründlich aufgearbeitet werden. Der entsprechende Deal und auch die Genehmigung müssen jetzt wieder aufgerollt werden. Es braucht jetzt eine Aufklärung. Zum Thema Mehrkosten für Verbraucher. Zeitungsberichten zufolge sind die Verbraucherinnen und Verbraucher im letzten Jahr enorm zur Kasse gebeten worden. Sie mussten allein vier Milliarden Euro berappen, um die Industrierabatte zu finanzieren und auszugleichen. Im Klartext heißt das, die privaten Haushalte subventionieren die Industrierabatte mit jeder Kilowattstunde Strom, die ein Privathaushalt verbraucht, subventioniert er die Industrierabatte mit einem Cent. Dieses System produziert eine soziale Schieflage, die dann die Akzeptanz der Energiewende, die doch so notwendig ist, untergräbt. Deswegen sagen wir, darauf gibt es nur eine Antwort. Alle unberechtigten Industrierabatte müssen beseitigt werden, damit es nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher wegtragen müssen. Und die Energiewende muss vorangehen. Aber wir wollen eine Energiewende mit Sozialsiegel.